Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und in diesem Video werde ich mit euch zusammen meinen Heimatstall gestalten, beziehungsweise umgestalten. Genau, weil ihr seht ja, der sieht immer noch genauso aus wie immer, sag ich mal, wenn man wirklich noch gar nichts gemacht hat. Und das will ich in diesem Video ändern und das mache ich zusammen mit euch. Auf Jua Tansky, auf meinem zweiten Star Rider Account, habe ich das bereits gemacht. Ich blende euch jetzt mal ein Bild ein, wie der ausschaut. Auf jeden Fall, ja, sehr burgig. Also das sieht wirklich aus, als wäre der Pferdestall in irgendeiner Burg drin, wegen dem ganzen Gestein. Auch relativ edel, finde ich. Und ja, auf diesen Account, hier auf meinen Hauptaccount, Isabel Blue Wave, möchte ich das tatsächlich so ein bisschen rustikal, so wie es jetzt ist, beibehalten. Und ja, wir gucken einfach mal, wie wir das machen. Ich habe ja in meinem letzten Livestream die neuen Stelle von euch angeguckt, wie ihr das so gestaltet habt. Und mir ist aufgefallen, es hat kaum irgendjemand mal die Farbe Grün benutzt. Es gibt ja verschiedene Farben, es gibt Schwarz, es gibt Weiß, es gibt Grün, es gibt Blau, es gibt Gold, es gibt Kupfer und so weiter und so fort. Und die Farbe Grün wurde fast gar nicht genommen. Deswegen, ja, nehmen wir das jetzt einfach mal. Muss ich das jetzt eigentlich kaufen, hier, diese mittlere Box? Oder wie, oder was, oder wo? Genau, ja doch, das habe ich schon freigeschaltet. Genau, also ich würde gerne hier dieses dunkle Grün nehmen. Ich möchte wirklich mal was anderes, was wirklich krasses nehmen, was wirklich kaum jemand nimmt. Natürlich ist meine Lieblingsfarbe Blau und ich würde, glaube ich, eher einen Blau wählen. Aber ich würde es wirklich mal ganz anders machen. Genau. Ich mache jetzt mal so Voreinstellungen, wie das dann so ein bisschen aussehen wird am Ende. Ich schreibe mir auch gleich mal die Star Coins dazu auf. Und ja, wir gucken einfach mal, was draus wird. So, hier bei der Box, da haben wir dieses Grün. Und hier bei den Trennwänden würde ich tatsächlich diesen dunklen Holzton hier wählen. Weil ich finde, das passt zum Dunkelgrün mit am besten. Das Schwarz, das ist mir alles schon wieder ein bisschen zu dunkel, zu debris. Ja, das ist ja das Originale. Das ist mir ein bisschen, finde ich, matcht nicht ganz so mit dem Dunkelgrün. Deswegen würde ich hier auf jeden Fall dieses Dunkelbrau, das Mockerfarbene nehmen. Genau, das Metall lassen wir. Aber jetzt gucke ich mal, kostet das was? Ja, das würde 6000 Jorvik Schillinge kosten. Und das, was mit Jorvik Schillingen kaufbar ist, werde ich auch mit Jorvik Schillingen kaufen. Genau, also ich versuche, über Gesparsam zu sein. Ich gucke mal bei dem Ziegel, ob es da irgendwas Dunkelgrünes gibt. Aber hier gibt es tatsächlich zum Beispiel gar nichts. Ne, hier bei dem Metall auch nicht. Ne, dann würde ich sagen, wir bleiben jetzt einfach mal hier bei dem rustikalen Moorland-Style. Genau, da müsste es ja eigentlich die ganzen grünen Töne geben. So, dann haben wir hier oben wieder das Holz. Da haben wir ja die, die für Hochkant und die Querholzbalken. Die Querholzbalken finde ich übrigens mega schön. Finde ich richtig geil. Jetzt muss ich mal gucken, bei den Boxen gab es da irgendwie. Das Holz ist doch hier anders, ne? Das ist nicht so. Ich muss mal schauen. So, dann haben wir hier das Fenster. Bei den Fenstern gibt es kein Grün zur Auswahl. Gibt es Mitternachtsblau, Silber, das Dunkelbraun und das Hellebraun. Ach, das ist ja doof. Ich dachte, bei den Fenstern würde es auch Grün geben. Ähm, das ist ja ein bisschen doof, bin ich jetzt ehrlich. Das ist irgendwie... Warte mal, was gibt es denn bei den Ziegeln? Gibt es da was Grünes? Es gibt keine grünen Fenster nirgendwo. Och nee, Leute. Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Okay, ja gut. Dann nehmen wir einfach das, was... Warte mal. Wie viel hat das gekostet? Ach, 120 Starcoins. Wollt ihr mich eigentlich rollen? Wisst ihr, wie teuer das ist? Ja, da würde ich aber erstmal hier das Dunkle Holz nehmen. Das ist auch für 6.000 Jorvik Schillinge kaufbar. Und das Dach oben auch 6.000 Jorvik Schillinge. Oh, ist das viel. Oh, es ist ja alles so toll. Egal, ob man Jorvik Schillinge oder Starcoins nimmt. Man muss so viel ausgeben. So, dann haben wir hier auch die unteren Wände. Okay, da weiß ich tatsächlich nicht, ob ich dort Stein nehme oder tatsächlich auch das Dunkle Holz. Ich bin da tatsächlich ein bisschen zwiegespalten. Wenn ich jetzt auch die Tür dunkel mache, dann ist halt alles komplett dunkel. Na gut, ich mache erstmal alles in einer Farbe. So, hier haben wir auch wieder 6.000 Jorvik Schillinge. Ich fress einen Besen. Dann haben wir hier bei der Tür auch wieder 6.000 Jorvik Schillinge. Alter, wie viele Jorvik Schillinge muss ich denn ausgeben? Das dauert ja Jahre, bis ich die wirklich zusammengesammelt habe. Oh mein Gott. Ich meine, immerhin können wir, ne? Immerhin haben wir die Wahl zwischen Starcoins und Jorvik Schillinge. Also, nicht überall, aber zum Teil. Gibt es hier eigentlich irgendwas Grünes zur Auswahl? Ne, ne? Ne, gibt es auch nicht. Hier vielleicht? Ne, hier gibt es nichts Grünes. Sonst hätte ich vielleicht hier irgendwas zur Auswahl genommen. Aber hier gibt es, glaube ich, kein Holz. Hier gibt es auch nichts Dunkelbraunes zur Auswahl. Hier matcht auch gar nicht so wirklich von den Steinen irgendwas mit dem Holz, ne? Oh Leute. Oh boy. Also, das wird's. Das wird spaßig. Das sage ich euch. So, dann haben wir hier den wunderschönen Boden. Beim Moorlandboden gibt es ja, wie gesagt, diese Fliesen. Vielleicht ein bisschen heller wären nice. Das sind richtig große Fliesen. Aber die großen Fliesen mit diesen Dingern dazwischen ist halt auch echt nicht schlecht. Das ist zu dunkel. Oh, das ist viel zu grell. Das ist das Original. Das ist auch sehr hell. Oh, das würde mich 90 Starcoins kosten. Gibt es noch ein bisschen billiger? Ja, die Originalfliesen sind billiger. Oh, ich glaube aber, ich würde tatsächlich die hier nehmen für 90 Starcoins. Ja, wenn man schon mal was anderes will, dann muss es natürlich teuer sein. Ja, klar. Ich meine, hier der Ziegelboden ist halt auch schon mega geil, ne? Ist halt was komplett anderes. Aber das nimmt halt jeder. Das nimmt halt wirklich jeder. Deswegen, genau, nehmen wir das. So, die Dinger hier oben. Da bleibe ich auch bei denen hier und mit den dunkelgrünen. Oh, da matcht eigentlich hier das Kupferfarbene voll gut. Ich glaube, ich lasse es erstmal einfach. Ich lasse es Silber. Ja, komm, das lassen wir. Oh, guck mal, das geht so. Oh, 3000 Jorvik Schlinge. Wow, immerhin das billigste zurzeit. Also, was heißt zurzeit? Mitunter das billigste. Okay, na gut. So, dann haben wir hier das Tor. Beim Tor gibt es, glaube ich, auch Grün zur Auswahl. Ja, dann nehmen wir natürlich das Grün und hier das Dunkelbrunz. Muss mal gucken. Das Grün hat gekostet. Oh, 60 Star Coins. Aber immer noch besser als 120, ne? Also, man muss ja wirklich das nehmen, was man kriegen kann. Oh, hier auch immerhin. Das dunkle Holz, 3000 Jorvik Schlinge. Okay, wir versuchen zu sparen, Leute. Wir versuchen wirklich zu sparen. Wir geben unser Bestes. Warte mal, bei den Ziegeln gibt es, glaube ich, auch nichts Grünes, ne? Nein, hier nicht und da auch nicht. Okay, nee, 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 dann lassen wir das. So, die Balken da oben. Ich würde tatsächlich die geschwungenen nehmen. Die dunklen, geschwungenen Balken, weil die mega, mega geil aussehen. Komm, die kaufe ich und, äh, ja, die wende ich mal noch nicht an. Das mache ich dann alles zum Schluss. Aber es sieht halt wirklich mega geil aus. So, ich würde hier gerne die eckigen Lampen nehmen. Das Problem ist, hier haben wir noch Schwarz, Kupfer, Gold und Blau. Das heißt, wir müssen bei den einfachen Moorlandlampen bleiben. Da haben wir nämlich Schwarz, Grau, so Gold und die Dunkelgrün. Und die Dunkelgrün sehen wirklich nicht schlecht aus. Und die kosten uns, natürlich kosten die 60 Star Coins. Keine Jorvik Schlinge. Aber natürlich. So, und da wir bei Grün-Braun bleiben wollen, bleiben wir natürlich auch hier bei der Farbe. Bei der Grün ansonsten. Ja, Braun in Braun, das ist tatsächlich, glaube ich, ein bisschen too much. Das Grün passt dann auf jeden Fall zum Metall. Deswegen würde ich das Grün auch so lassen. So, und jetzt gucken wir uns mal so ein bisschen an, wie das hier im Großen und Ganzen ausschaut. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich die mittleren Wände anders machen würde. Also, ich würde oben Holz machen, ich würde unten Holz machen und in der Mitte, glaube ich, Beton in der Farbe zum Boden. Ansonsten ist das alles nur ein einziger Holzton. Das ist mir ein bisschen zu viel. Deswegen würde ich das jetzt, glaube ich, noch ändern. Und, äh, ja, wir gucken einfach mal. Ja, Leute, das Blöde ist, wenn ich diese mittlere Wand hier zu, zu einer Betonwand umändern möchte, dann fällt natürlich das Holz weg. Und ich habe hier so einen, so einen Steinrand. Das wollte ich eigentlich nicht haben. Das ist Mist, dass das nur in Kombination geht. Vielleicht dieses Grau. Oder der Beton. Ja, der Beton ist ähnlich zum Boden. Dann würde ich, glaube ich, den wählen. Die Tür lassen wir. Und die Verzierung. Da gibt es leider kein Dunkelbraun. Da gibt es nichts, was hier matcht. Vielleicht so Ton in Ton. Das würde eventuell noch gehen. Ich gucke mal kurz, wie das ausschaut von oben. Ja, gut. Muss man mögen, ne? Oder ich mache wirklich oben und unten Holz. Und dort, äh, wo die, wo die Stelle sind, mache ich Beton. Aber das würde auch mit der Tür nicht hinhauen. Oh, ich weiß tatsächlich gerade nicht, wie ich das machen soll, ihr Lieben. Da bin ich gerade überfragt. Oder was ist denn, wenn ich noch... Wir gucken uns mal ganz kurz die Decke an. Okay, ich habe die Decke gefunden. Da geht aber im Moorland-Style auch wirklich nur Holz. Nee, 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 mag ich nicht. Nee, das sieht echt... Nee, mag ich gar nicht. Sieht wirklich echt doof aus. Ja, wenn ich das so mache, haut das vielleicht auch hin, ne? So, wie sieht denn das aus, wenn ich hier mir alles anschaue? Das ist okay. Also, wenn ich hier so alles... Ah, jetzt habe ich die Ansicht von oben. Okay, hier sieht man wirklich alles. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. 100% zufrieden bin ich aber tatsächlich nicht. Muss ich euch sagen. Vielleicht mache ich die Emblems, Emblems, die Ordamente, vielleicht mache ich die doch in Gold. Weil das matcht auf jeden Fall hier mit dem Hufeisen. Alles andere wäre auch zu dunkel und würde nicht passen. Muss ich wenigstens bei den Ornamenten nichts ausgeben. Das ist doch schon mal was. Ja, doch, das mit dem Gold passt schon. Ne? Wir haben die Hufeisen in Gold. Wir haben die Ornamente in Gold. Die Lichter strahlen auch so ein bisschen Gold aus. Und ja, ich denke mal, dass ich meinen Stall so weit so gut geändert habe. Ich gucke nochmal beim Boden. So, genau. Okay. Ja, das habe ich ja gesagt. Sieht aus ein bisschen wie Stadtpark. Das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Äh, ich kaufe das jetzt mal. Nein, ich wende es nicht an. Brauche ich tatsächlich auch nicht. Den Boden brauche ich auch nicht zu kaufen. Kann ich schon so anwenden. Das ist natürlich auch geil, ne? So, jetzt gucke ich mal. Ja, der Boden. Der Boden macht es voll aus, ne? Das ist eigentlich schon cool. Vielleicht lasse ich das wirklich so. Ich meine, es ist teuer genug. Es ist wirklich teuer genug. Ich rechne mal kurz aus, wie viel Jorvik Schillinge und wie viel Star Coins ich dafür jetzt ausgeben würde. Okay, Leute. Ich habe sie mal ausgerechnet. Also, ich würde, ähm, insgesamt 450 Star Coins ausgeben für den Stall, aber 42.000 Jorvik Schillinge. Und das ist wirklich super, super viel. Ob ich das hinkriege, weiß ich nicht. Ähm, ich werde jetzt, denke ich mal, meinen Kleiderschrank, mein Postfach und auch meine Archäologie, alles was ich habe, irgendwie eintauschen, austauschen, sodass ich so viele Jorvik Schillinge wie möglich zusammenkriege. Am besten, wie gesagt, über, ja, viermal über 10.000 Jorvik Schillinge könnte ich tatsächlich hinbekommen. Dauert jetzt aber eine Weile, wenn ich damit fertig bin und wirklich meinen Stall komplett so gekauft habe und umgestalte, wie der hier ist. Dann melde ich mich auf jeden Fall zurück und wir gucken uns meinen Stall mal ganz genauer an. Und dann kann ich ja immer noch live gucken, ob mir mein Stall so gefällt, wie er ist oder eben nicht. Also bis gleich. Oh je, das wird was. Ich sag's euch. So ihr Lieben, ich bin fertig. Mein Stall ist fertig. Und ich finde, der sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Im Gegensatz zu vorher, da war alles ein bisschen heller. Alles komplett aus Holz. Das, was grün war, war vorher schwarz. Bei den Ornamenten bin ich tatsächlich am überlegen, ob ich die originalen Ornamente lasse oder doch die Pferdeköpfe drauf packe. Das kann ich mal jetzt mit euch zusammen machen, weil das kostet ja tatsächlich alles nichts. Warte mal, hier, Ornamente. Da haben wir ja hier die goldenen Pferdeköpfe. Die gibt es tatsächlich auch kostenlos. Da braucht man auch überhaupt nichts auszugeben. Und ja, so sieht das mit den Pferdeköpfen aus. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser fändet. Diese Pferdekopf-Ornamente oder die anderen originalen Ornamente. Ich finde, ja, die Pferdeköpfe werten das auf jeden Fall nochmal so ein bisschen auf den Stall. Aber das andere passt vielleicht zum rustikaleren Stall. Ja, auf jeden Fall ist alles so ein bisschen in Braun, Dunkelgrün und so Gold gehalten. Ja, und natürlich hier dieser, dieser, diese gräuliche Stein, ne. Gräuliche, gräuliche Wand, gräuliche Umrandung und auch so gräulicher Boden. Also ich wollte auf jeden Fall, dass Beton und Boden farblich so einander, aufeinander abgestimmt sind. Es ist alles nicht so grell, es ist eher naturbelassen gehalten, würde ich jetzt einfach mal so sagen, ne. Grün und braun sind ja die Farben des Waldes, des Baumes, der Natur. Passt auf jeden Fall sehr gut zueinander, finde ich. Ja, es ist wie gesagt alles sehr dunkel von den Farben her. Man muss es auf jeden Fall mögen. Aber ich denke mal, so kann man das Grün relativ gut kombinieren. Ich finde es tatsächlich vollkommen okay. Ich glaube, wenn ich wirklich alles in dunklen Holz gemacht hätte, es wäre, glaube ich, ein bisschen zu einfach und ein bisschen zu viel gewesen. Deswegen habe ich mich in der Mitte für, für hellen Beton entschieden, sage ich mal, ne. Und ich denke mal, ich finde, das sieht ganz gut aus. Wie findet ihr die Lösung mit dem Grün? Schreibt es mal in die Kommentare. Würdet ihr das genauso machen? Würdet ihr irgendwas anders machen? Und ja, ich lasse meinen Stall auf jeden Fall jetzt erstmal so. Achso, und übrigens zur Finanzübersicht. Ich habe jetzt insgesamt 33.000 Jorvik-Schillinge und nur 240 Star-Coins für diese Art von Stall ausgegeben. Aber wie gesagt, die Pferdeköpfe waren kostenlos. Dieser Boden hier hat, glaube ich, auch nur einen Schilling gekostet. Ich glaube, diese Balken, diese Standard-Balken hier, die sind, glaube ich, auch nur für einen Schilling kaufbar oder so. Es gibt einige Dinge, die wirklich kostenlos waren, beziehungsweise man wirklich nur für einen Schilling gekauft hat, was jetzt so, ich sage mal, die Voreinstellungen gewesen sind. Ja, deswegen habe ich hier ein paar Jorvik-Schillinge und ein paar Star-Coins gespart. Und ich finde, das geht eigentlich, ne, für einen komplett neu aussehenden Stall. Ist jetzt nicht so extrem, ne. Ich finde, es geht. Also 33.000 Jorvik-Schillinge und 240 Star-Coins sind übrigens gerade mal die Hälfte von dem Haustier hier. Der Drache hat ja 450 Star-Coins gekostet und mein Stall jetzt nur 240 Star-Coins. Muss natürlich immer in der Relevanz sehen. Ich glaube, wenn ich jetzt statt die 33.000 Jorvik-Schillinge ausgegeben hätte, äh, also wenn ich statt Jorvik-Schillinge, wenn ich, warte mal, was wollte ich jetzt sagen? Scheiße. Also ich glaube, wenn ich die Jorvik-Schillinge weggelassen hätte und wirklich alles nur mit Star-Coins bezahlt hätte, dann wäre das für mich auf jeden Fall auch mega, mega teuer geworden, auch wenn dieser Stall jetzt relativ einfach aussieht. Aber ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, Jorvik-Schillinge zu sparen und zu farmen, holt sie euch. Wirklich, ihr könnt so viele Star-Coins dadurch sparen. Übrigens, falls ich Jorvik-Schillinge und Star-Coins in diesem Video immer mal wieder vertauscht und verwechselt habe, tut es mir leid. Ich verspreche mich da immer wieder. Übrigens, ihr behaltet alles, was ihr kauft. Also das, was ich hier alles gekauft habe, behalte ich, auch wenn ich meinen originalen Stall jetzt wiederhaben möchte. Das, was ich bezahlt habe, egal ob Star-Coins oder Jorvik-Schillinge, das bleibt auf jeden Fall bei euch gespeichert und ihr könnt das immer wieder wechseln, verwenden oder eben nicht verwenden, wie ihr wollt. Finde ich auf jeden Fall mega, mega geil. Sollte auf jeden Fall auch so bleiben, weil ganz ehrlich, es ist teuer genug, deswegen finde ich das auch okay, so wie es ist. So, das war es jetzt aber von meinem Video. Ich habe wieder mal mega viel gelabert und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie findet ihr den Stall? Schreibt es in die Kommentare und ja, dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video oder nächsten Livestream wiederhören oder wiedersehen werden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.